Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Abendroutine, wie es so am Abend halt läuft. Endlich bin ich von der Arbeit wieder da. Tür öffnen, schließen. Den Schlüssel lege ich erstmal ab. So. Erstmal gehe ich nach oben. So. Ich stelle erstmal meinen Koffer an und ziehe mich um. So, jetzt hänge ich das wieder auf. Gut. Gut, dann gucke ich mal, was Peter macht. Hallo Peter. Hallo. Ich bin schon um halb zwei von der Arbeit gekommen, wegen dem Baby. Es hatte einen Unfall im Kindergarten. Es hat sich übergeben. Übergeben, ja. Darum bin ich schon zu Hause. Ja. Ich bringe es schnell ins Bett, okay? Gut, okay. Ich bleib noch hier lieber, bis das nicht passiert, okay? Ja, ich rufe dich zum Abend hin. Ich rufe dich zum Abend hin. Peter ist mit dem Baby los. Solange gehe ich nach unten und gucke. So, ich gucke, was Mia mal macht. Ich hoffe, sie sitzt nicht wieder vor dem Computer. Ach, Mia. Guck nicht immer auf deinem Computer herum. Hopp und hopp. Wieso, Mama? Weil das nicht gut ist. Leg es wieder hin. Und erfrisch dich mal. Wo ist das Spray? Mir geht es schon viel besser. Wollen wir etwas trinken? Ja, okay. So. Setz mich auf meinen Platz. Ich auch. Ruhe. Gut. Was möchtest du trinken? Ich möchte Erdbeersaft trinken. Kommt sofort. Erdbeersaft. Erdbeersaft. Patsching. Deinen Erdbeersaft. Jetzt bin ich dran. Weil ich ja schon erwachsen bin, nehme ich Cola. Ich rufe gleich Peter nach. Oh, nach unten. So. Er trinkt am liebsten auch Cola. Gut. Wo steckt denn der schon wieder? Peter, komm schon. Okay, okay. Das Baby, das kann... Das Baby... ist wieder eingeschlafen. Lass uns gehen. So. Da sind wir. Alles gut, ich rufe dir schon deine Milch. gut. Alles gut, alles gut. ausgetrunken 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 ich gehe wieder mit dem Baby nach oben so Mama, ich gehe in mein Zimmer okay Schatz, ich räume so lange den Tisch ab so Mama ist endlich weg, ich kann wieder Computer spielen so die Becher kommen die Schrank wieder die Milch kommt Kühlschrank wieder zurück dann gucke ich noch mal was Mia treibt sie spielt wieder am Tablet oh, ich bin schon müde jetzt geh runter zieh deine Schlafsachen und mach dich fertig das ist nicht mehr die Schlafsache so Mama, ich schlafe doch Schlaf gut Schlaf gut Schlaf gut und die Schlafsache bitte und die kommt schon er schläft schön friedlich jetzt jetzt bin ich seid ihr immer noch hier im Kühlschrank ich spiele so so endlich komm schon es ist schon spät abend ich schläfst ich schläfst gut ja und das war's schon bis zum nächsten Mal Tschüss